Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Spaß im Multiplayer. Diesmal entdeckt er den... ...mit Detektiv Tab. Und diesen Perks. Beharrlichkeit, Zerlegen und Vorwarnung. Und einmal keinen Perk. Mööö. Das muss ja so sein, dass man einmal keinen Perk hat. Natürlich. Und wir sehen uns gleich wieder im Match. Oh, schon wieder Schrottplatz. Wie oft kriege ich eigentlich Schrottplatz? Okay, es ist das Gespenst. Okay, es ist das Gespenst. Okay, es ist das Gespenst. Könntest du ihn nicht zu mir bringen? So, dann mach ich mal den hier weiter. Jetzt fängt er an zu nerven. Da hinten. Huh. Ich hoffe, ich kriege ihn fertig. Oh, es wurde zerstört. Oh, es ist das Gespenst. Ich heil dich mal. Wir heilen dich mal, würde ich sagen. Okay. Das macht er. Oh, oh. Verdammt, ich wollte ihn standen, aber... Oh Mann! Ach, hier ist genau ein Haken. So, der Bucky ist jetzt nicht aufgetreten, gut. Die heilen sich, er macht einen Generator, okay. Ja, sie ist damit jetzt fertig. Was machen die da? Warum tappen die? Danke! 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 Na! Kommen wir schon wieder an... Mikro manchmal, das ist blöd. Eine Taschenlampe. Ich brauche keine Taschenlampe. Ich brauche ein Medikid. Wir sollten jetzt auf jeden Fall nicht alle auf eine Seite pushen. Ich bin ja schon längst wieder draußen. Ich helfe mal. Da ist einer. Da hinten ist einer. Und da ist einer. Warum ist es manchmal so, dass man fängt an zu heilen? Es hört auf. So, machen wir jetzt den da. Der Killer ist da hinten. Irgendwo. Ja, gleich haben wir es durch. Da hinten ist ein Ausgang. Und da hinten. Ich gehe für diesen Ausgang. Okay. So, der eine ist offen. Okay. Äh, komm. Wenn ich jetzt wüsste, wo die ganzen... Wenn ich jetzt wüsste, wo die ganzen... Es ist kaputt. Gut. Oh, die Luke gefunden. Verdammt. Wenn der andere jetzt verschwindet. Verdammt, der weiß genau was er wollte. Das er mich kurz gesehen hat, ich wollte ihn eigentlich retten, aber er hat mich, ich hätte es schneller machen sollen. Oh ja. Oh, 21 Sekunden. Hm. Und wir sehen uns, wir packen jetzt im nächsten Match. Das war schon wieder so leise. Ah. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020